Taube 136 entstammt meinem Schimmelfogel, den reinen Leidemann von Holger und Heiko Harms. Ja, die Mutter ist die 66, die stammt aus meinem Paar 5x21, ist super geflogen. Und er ist das Geschwistertier zu den beiden Schimmeln in der Versteigerung, aber er ist jetzt eben ein blauer, oder sie, da kann ich mich noch nicht hundertprozentig festlegen. Hat ein seidenweiches Sephida, ein super Beckenschluss, hat einen schönen stabilen Rücken, ist eines von den jüngeren Tauben, hat aber auch nur noch vier Federn zu werfen. Also auch sie kommt problemlos durch. Sie hat ein dunkles Untergefieder. Seidenweich im Gefieder, so wie man sich das für eine gute Taube vorstellt. So ist die Taube 136. Vielen Dank. Vielen Dank.